Ich spiele heute mit Robin, der beim ersten Mal in einem Video von mir dabei ist und viel Spaß mit dem Video. Warte, ich nehme kurz Husbyskin. Mit einem roten Ritterin-Schild, dann nehme ich die Pickaxe, Hängekleidung, Wolkenschlag. Was hast du eigentlich für M-Skins? Naja, eigentlich gar nicht so viel, aber die meisten ist eigentlich nicht so viel. Dein Skin, den finde ich cool, den du jetzt hattest. Diesen Nacht-Skin oder wie auch immer. Ja, das ist mein Lieblings-Skin. Ich mag den auch. Und mein Lieblings-Skin ist Fußball und Farbenbomber. Farbenbomber ist... Fußball-Skin war letzten Samstag im Shop. Ja, ich weiß aber... Hast du die Pickaxe auch? Ey, guck mal den hier. Der wird Konkurrent. Guck mal die Pickaxe an von dem. Der hat eben diesen 1-Pickaxe von da, wo Dings war. John Wick. Da, wo John Wick war, diese Pickaxe hat der. Das ist so eine... Und wo Elite-Agenten noch gab. Elite-Agenten ist auch mein Lieblings-Skin. Der ist auch geil. Der ist auch geil. Ja, Elite-Agenten, der ist auch geil. Try-Harder-Skin ohne Ende. Ich würde... Das ist einfach ein Try-Harder-Skin. Dieser kann man sagen, was man will, ist einfach Try-Harder-Skin. Den wir nur so gut wie jeder. Wo war ich welchen? Ja, da landet einer bei dir, glaube ich. Oh, dann der ist abgehauen. Darf ich bei dir landen? Ja, ja, ja. Okay. Ich bin unten. Okay, ich hab keine Landwand. Ich hab schon einen, alles gut. Ich hab schon zwei Minutes gelegt. Danke. Ah, du hast eine AK? Warte, ich nimm wieder, ich nimm wieder. Ich hab ne Drum Gun auch. Wollen wir pushen? Wollen wir auf die Gegner gehen? Ja, ja, machen wir mal. Der Ecken ist ein Gegner, die haben... Hier ist Gegner. Wollen wir pushen? Ja, machen wir. Pass auf. Versuch nicht zu sehen. Blaue, ähm, blaue, ähm, blaue, ähm, blaue, normale Eier. Ich kann mit der besser umgehen. Digger, hier verkämst du dich also, Digger. Digger, tschüss. Du kannst verkaufen gehen in Amerika. Der kann verkaufen gehen. Hier ist eine Kiste. Kannst du, magst du, wo ist Gegner, wo? Wo, wo, wo? Von wo? Einer noch. Ja, gönn dir. Darf ich die, darf ich die Tag, Muni? Äh, ja, ja. Du kannst die Metz nehmen von mir aus. Ich gönne die vom anderen. Oh, der andere hat auch ne blaue. Uff, wie gönn dir nicht. Hast du Sniper-Muni? Hast du Sniper-Muni? Danke. Hier sind noch welche. Warte, das müssen wir erst mal sehen. Ey, dieser eine, das war ein Konix-Kinder. Der hat mich versucht zu nosedcafen, ne? Dieser Spaß. Ah, da hinten im Haus. Hier, hier, im Haus. Warte, ich gehe mich ganz kurz. Ich weiß nicht, ob ich pushen soll. Das ist riskant. Wenn ich sterben sollte. Glaubst du, ich soll ich pushen? Warte, ich komme. Ich spiele gerade noch dissenken. gesniped, gesniped? Gno, 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 Gno. Der andere Team, der ist hier. Da unten. Oh, der ist bei mir. Habeide. Äh, wie kristig ist die Munition? Wie kammer? Ja, hier. Danke. Hast du noch Minis? Ne, ne? Ah, leider noch nicht. Hier haben wir ja schon gelootet. Bruder, ich hab 5 Kills. Lagerfeuer, ich hab Lagerfeuer. Ah, ach so. Gehen wir hier? Gehen wir hier? Warte, wie viel mehr Tassen hast du? So 300. 400. 500. Das hab ich nicht, ich finde das voll scheiße. Erik? Erik? Bist du noch da, Erik? 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 Ey, Robin? Sorry. Ja. Ich hab mich schon gewundert, warum du keine Antwort gibst, aber dann ist mir auch von, oh scheiße, ich hab Erik gesagt. Ha 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 ha. Hast du ein bisschen weitergegeben? Ja, hier, komm her. Und Pistole. Pistolenmonie? Ja. Ey, Baller, komm lass Zone mit Baller. Komm, wir gehen Zone. Ey, komm, kommst du hier Rift? Kommst du hier Rift? Ja. Gegner, 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 Gegner. Okay. Bitte helf mir. Ist der bei dir? Ist der bei dir? Ey, was ist denn das? Das kommt gerade da an. Hab ihn. Weiß nicht, ich komm gleich runter. Warte, ich komm runter. Hey, was ist denn los heute? Digga, alles gut, alles gut. Ich regel das. Digga, lass direkt Zone gehen, Zone kommt. Scheiße. Digga, ich bin so dumm heute. Immer wenn ich mit jemandem gespielt hab, ich hab immer irgendwie... Ich zieh durch, ich zieh durch. Digga, Achtung, hier ist Gegner noch. Rift, Rift, Rift. Rift, Rift, Rift. Ey, komm hier in die Röhre. 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 Also, ich hoffe, du schaffst Zone. Einfamilie. Hast du Mets? Ähm, warte. Schaffst du's? Ja, bin drinnen. Ey, komm her, komm her, komm her. Oh, bei mir geht gar nichts mehr, was ist denn das? Hä? Komm, du bist für mich gerade komplett AFK. Ja, was ist denn das? Digga? Ich kann nicht mehr weiterlaufen. Hörst du mich? Digga, Bruder, ich hör dich. Aber du bist hier, guck mal. Siehst du mich? Ja. Ich springe. Ja, ich seh dich. Ich bin hinter dir. Ey, nicht da, nicht da. Hä? Ich seh dich ja nicht. Ich weiß ja nicht wo. Hier, genau da bin ich. Nicht da, da. Hier. Nein, hier. Hä? Bei mir bist du hier. Hinter dir bin ich. Genau da. Ah, jetzt, Digga. Alter, hast du lange geleckt. Digga, hast du Pumpmonie? Ich hab eine Pumpmonie. Oh, danke. Irgendwann. Digga, lass so umgehen. Lass direkt so umgehen. Hä? Ach, da ist die Röhre, Digga. Alter, sechs Kids. Ich schwöre, der hat mich so abgefuckt, der eine Gegner gerade, ne? Der hat so rumgehampelt, ne? Ich schwöre, der hat so rumgehampelt. Robin, der hat so rumgehampelt. Ey, das kenn ich bei mir auch. Bei mir leckt es manchmal so hart. Manchmal kann ich mich null bewegen. Verlasse Party wegen Netzwerkfehler. Und dann geht's wieder. Und dann bin ich wieder Party. Gönn dir, gönn dir, gönn dir. Ich flieg schon mal ein bisschen weiter. Ich flieg schon mal ein bisschen weiter. Meine vierte Frage, wie der auf YouTube heißt es. Auf YouTube heiße ich, ähm, ähm, D-I-E, ähm, leertaste, ähm, G-O-D-D-I-S. Also wie auf Fortnite nur, dass D-I und G-O-D-I-S getrennt geschrieben wird. So kann man es sich am einfachsten merken. D-I-G-O-D-I-S. D-I und G-O-D-I-S getrennt geschrieben wird. So kann man es sich halt am einfachsten merken. Denke ich. Also ist nicht ein Zusammenhang. Nein. Wieso fragt sie eigentlich? Wieso hat sie eigentlich gefragt, nur so? Ja, weil sie deine Videos angucken will. Ich hab leider nicht so viel. Also nicht wundern. Okay. Digga, du haust erst mal komplett ab. Digga, bleib mal hier. Uh, Bigli, gön dir. Und ich hab einen Omega. Eins Omega hab ich. Ein Omega, so einen Omega. Digga, hier ist m- Ich gön mir kurz mehr und ich auch für die HP immer ein bisschen. Warte, ich guck mal. Digga, das kann nicht sein, als ob ich 30 Abonnenten habe. YouTube. Ganz kurz auf meinen Account. Mein Account, mein Kanal. Nein, ich habe 18 Abonnenten. Warte, die Goddys, ne? Die Hashtag Goddys. Also nicht Hashtag, sondern die Leertaste G-O-D-D-I-S. G-O-D-D-I-S. Müsst man I-E-E, ne? Ja, I-E-E. Als ob ich blaue Taktikler bekommen habe aus der Drohnen-Ludel. Ich bin ein Omega, der hat goldene Waffen um sich liegen. Ich habe 18 Abonnenten, steht bei mir. Also Digga, ich habe so viele Schnagenstiche, das tut so weh, ne? Digga, kennst du das, wenn du das Kratzt so hart in die Schnagenstiche hast, ne? Oh, das kratzt so, ne? Digga, fack mich das ab. Ich hasse das. Gegner, Gegner! Einer slow. Geh drauf, geh mit drauf, komm. Ich von der Seite, du von der anderen. Und go. Beide von einer Seite. Habe ich ihn runtergeballert? Nein. Er hat Falter, er ist... Ey, Digga, er ist im Falter mitgestorben, Bro, ähm, Digga. Okay. Da unten ist das andere, da unten ist das andere. Fuck. Ich hab einen. Äh, nicht einen, aber der ist richtig low. Digga, hier ist als Ob... Digga, ich schwöre, was ist das? Da ist noch ein Dutin. Der ist saugemein. Komm, du machst den. Hä? Nächste Runde, oder? Ja. Ja. Digga, was ein nerviges Spiel manchmal, ne? Habt ihr mich gefunden? Ja. Ja, haben wir. Und was war mein letztes Video? Wie heißt das? Zeig mal, zeig mal kurz. Ist das das erste Video, was du hochgeladen hast? Nein, es ist ganz, ganz oben von meinen Videos. Das heißt ja, Moin. Ja. Digga, ich lad grad Video, ich mach gleich... Das Video läuft fein noch, ne? Ja, lass so. Wir machen ein paar Runden und die gucken einfach zu. Lul. Mein Freund schreibt mir die ganze Zeit. Ich schreib mir Lul. Läst du unser Video dann hoch, ne? Ja. Es kommt drauf an, wie lange das Video ist. Also, ich würde nach dieser Runde ausmachen, weil sonst dauert es viel zu lange, das Video hochzuladen. Hm. Wenn wir ihn nicht dann hochladen will, dauert es drei Stunden. Oha. Also, nach der Runde machen wir dann wieder vorbei. Ja, du kannst ja mehrere Videos machen. Die Runde, die war gut, ich hatte sieben Kills. Du kannst ja mehrere Videos machen. Ja, kann ich auch machen. Ja, kann ich auch machen. Stimmt, ich kann ja mehrere Videos heute machen. Wenn ich das eine hochlade, das dauert dann vielleicht so eine Stunde, keine Ahnung, weiß nicht. Und wenn das dann hochgeladen ist, machen wir dann noch ein Video, wenn es klappt. Okay? Du kannst ja so machen. Du kannst ja so machen. Du kannst ja so machen. Du machst jetzt Videos. Du machst jetzt Videos. Du machst jetzt Videos. Das Video hast du auf, machst gleich das nächste und lest es eine Stunde später hoch. Also, ich mache Video jetzt, wenn ich das vorbei habe. Dann lade ich es hoch und mache direkt ein neues Video. Genau. Und dann warte ich, bis das eine fertig ist und dann lade ich das andere hoch. Ja. Ach so. Du hast ja gesagt, ne? Das waren jetzt Aufwärmrunden und du lädst. Und dann sind wir eingespielt. Nein, 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 nein. Ich meine, zwei Reihen haben eingespielt. Ich habe ja die ganze Zeit. Ja, ist doch egal, ist egal. Den Schuhschauer macht das nicht aus, wenn du immer stirbst. Passiert mir auch immer und den macht das nicht aus, Alter. Also nicht wundern. Oh, meine Lieblingshafte. Diegel, diegel, diegel. Hey, Digga, hast du Wiggy getrunken? Nein, hast du mir im Mini. Ich habe Minis nämlich, deswegen. Aber kannst du mir den einen Mini geben, dann kann ich, dann habe ich zwei Minis wieder. Aber egal, nehm ihn erst noch mit, nehm ihn erst noch mit, dann kommt es gleich. Wieder ein Automat. Schallgedämpfte Sniper, schallgedämpfte Piston, schallgedämpfte Sniper, noch eine schallgedämpfte Sniper. Hier, Digga, gönn dir Sniper. Ja, mach ich. Dann kann ich dieses Sniper, ich bin mit dem 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 Sniper. Ich liebe Fußball-Skin, vor allem den hier. Hab eine Ecke, ich hab schon eine. Ich bin bei dir. Warte, ich geb dir mehr, ich geb dir mehr Sniper, weil so viel brauch ich für die Digga jetzt auch wieder nicht. Ey, weißt du, was ich mal gemacht hab? Einmal, da ist jemand an der Seilbahn gefahren, ich geb ihn Digga Headshot und Digga Hit. Die war so lowlife. Korrekt, das ist gut. Also Digga ist bei mir übelst krass. Also Digga ist generell auch meine Lieblingser für das Ding. Ey, im Sterner-Skill hat man einem ein Video gemacht, dass die alte Pumpgang zurückkommen soll. Ja. Aber ich glaub das ihm irgendwie nicht. Weil die wär doch jetzt schon eigentlich lange drinnen. Wenn sie kommen sollte. Weil es war ja Update, dann hätte sie doch kommen müssen. Vor zwei Tagen. Das versteh ich ja nicht. Ja. Vor zwei Tagen. Vor zwei Tagen. Ey, Digga. Kleiner Pilzklauer. Da ist mein Pilz. Okay. Jetzt hab ich 60. Ne, 70. Hey. Oh, du bist. Hast du gesnabed? Ach da. Ich wurde gesnabed. Ich wurde gesnabed. Oh, von oben. Digga, ich muss nicht alleine. Digga, er lasert. Was hält er denn da? Nach oben. Ja, komm. Ich geb ihm 20er. Er trifft jeden. Ich mach Video vorbei. Von unten.